Meine liebe Freunde, ich bin mit neuer Arbeit, mit Cardigan, schauen Sie, ist natürlich lang, mit Taschen, auch mit Gürtel, so schaut, Ärmel, Ein wunderschöner Cardigan, vielleicht so, Sie sehen besser, Cardigan, weil es natürlich lang und nicht einfach Video machen, so, Taschen, man sieht sehr gut, und Ärmel und auch Körperteil. Okay, und jetzt gehen wir zum Tisch und ich erzähle, wie ich habe gestrickt, diese Cardigan. Cardigan habe ich gestrickt mit Tweed, Colour Tweed, in 100 Gramm, wir haben 163 Meter. Empfehlen uns Stricknade 5 und 6, ich habe gestrickt mit 4,5, ja, ich meine mit 4 und halb. So, ich habe gebraucht für diese Cardigan 8 Knolle, das ist Rest von 8, so viel ich habe gebraucht, ja, das bedeutet 800 Gramm, ich habe gebraucht für meinen Cardigan. Cardigan, ich habe angefangen von oben Stricken, schauen Sie, ich habe 73 Maschen, 73 Maschen und dann ich stricke 8 Reihen mit Krausmuster, das bedeutet mit rechter Maschen, das bedeutet mit rechter Maschen, an rechter Seite und auch an linker Seite hin und her, ich habe gestrickt 8 Reihen. Mit 9. Reihe, ich habe angefangen, schon teilen meine Maschen für Vorderteil und Rückenteil und auch, schauen Sie, für Bändchen hier, hier ist 5 Maschen plus eine Randmasche, 6 Maschen, so, und ich habe so eine Randmasche, eine Randmasche, dann geht 5 Maschen für Bändchen, ja, Planke, dann geht 9 Maschen, halb Vorderteil, dann 2 Maschen, 2 Maschen, 9 Maschen, 2 Maschen, 2 Maschen, 2 Maschen, 2 Maschen, 3 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 Maschen, 4 Maschen, 3 Maschen, 3 Maschen, 4 Maschen, 4 Maschen, 3 Maschen, 4 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 masche hier ich habe alles geschrieben dass sie sehen und dann habe ich angefangen stritten differenz zwischen vorderteil und rückenteil ich habe ärmel geteilt mit 33 mal ich habe hin und her gestrickt wir sind zum beispiel hier und wie stricken ganze rückenteil und auch zwei marschen von raglan linie dann holen drei marschen von ärmel und gehen zurück holen in andere ärmel auf drei marschen wieder gehen zurück und machen dann umschläge neben raglan linie von beider seite von beider seite ja so und wollen dann nächste drei marschen gehen zurück stricken unsere umschläge was wir haben gemacht dann holen nächste drei marschen wieder gehen zurück und wieder machen umschläge neben raglan linie von beider seite stricken rückenteil wieder machen umschläge neben raglan linie und wollen letzte drei marschen von unsere ärmel und gehen zurück und dann machen wir auch nächste letzte drei marschen von diese ärmel und dann stricken schon bis ende so stricken alle unsere maschen einfach alle unsere maschen hin hin und her so vorderteil und planke oder binchen und auch wir stricken hin und her sehen sie wir stricken hin und her ist einzige was ich habe gemacht sehen sie ich stricke immer ärmel ich stricke mit kraus muster so es bedeutet an linke seite sowie an rechte seite ich stricke alle maschen rechte maschen und vorderteil ich habe gestrickt lange auch mit kraus muster hin und her mit rechte maschen und vorderteil ich stricke damit rechte seite rechte maschen an linke seite linke maschen so und meine rückenteil ist auch gestrickt mit rechte seite rechte maschen so habe ich gestrickt und dann ich habe gestrickt raglan linie und ich habe gemacht neben raglan linie von beider seite in jede zweite reihe umschläge jeder zweite reihe ok jede zweite reihe wir machen neben raglan linie von beider seite umschläge zweite waren wir stricken dann an rechte seite wie wir machen umschläge an linke seite wir stricken diese umschläge dann wieder an rechte seite wir machen wieder umschläge und so wächst unsere vorderteil rückenteil und unsere ärmel ok wann meine raglan linie war 32 cm lang dann ich beende schon stricken weiter meine raglan linie weiß genug weil das ist cardigan oder das auch schaut wie mantel kann man sagen drum 32 cm ist genug ich rechne 32 cm nicht diese krage krage ich rechne nicht dass es diese acht reihe was wir haben gestrickt mit kraus muster ich rechne nicht ich rechne von krage bis ende raglan linie das ist 32 cm wann wischt wann wir rechnen auch unsere krage das wird natürlich mehr lang unsere raglan linie so und dann ich habe geteilt ich habe geteilt körperteil von ärmel ärmel ich habe einfach auf eine faden angezogen und dann weiter ich habe gestrickt meine körperteil für körperteil und der ärmel ich habe sechs marschen dazu gemacht sechs marschen dazu gemacht und ich habe gemacht so das ist wie ein naht von anderer seite von linke seite sind sie wie naht das ist kein naht natürlich weil ich habe hier einfach eine linke masche gestrickt einfach in die mitte ich habe eine linke masche gestrickt so dass ich kann teilen meine vorderteile von rückenteil von beider seite so habe ich gemacht beide seite so dann ich stricke einfach körperteil weiter so lang wie lange ich brauche ich habe zum beispiel von unterärmel ich habe gerechnet 82 cm lang ich habe gestrickt unten und dann unten habe ich auch graus muster gemacht so ein zwei drei vier so auch acht reihe hin und her so man kann rechnen immer mit diese wählen ein zwei drei vier so mal zwei das wird acht reihe hin und her habe gestrickt und dann alle maschen zugemacht so dann gehen wir zum ärmel dann stricken wir ärmel von unterärmel bis ende ärmel habe ich 52 cm lang gestrickt aber muss ich auch sagen dass ich habe immer abnahme gemacht jede neun reihe habe ich von beider seite zwei zusammen maschen gestrickt so das war minus zwei marschen dann ja so bis ich habe hier unten hier sehen sie meine manschette so bis hier ich habe abnahme gemacht und dann habe ich habe nur 36 maschen ist mir genug und dann habe ich gestrickt bisschen lange manschette dass ich kann dann so quer machen und mir gefällt so okay einfach falten und das schaut super schön so ärmel ist fertig oder ärmel sind fertig dann ich habe gestrickt tasche tasche zwei taschen ich habe gestrickt zu einer tasche ich brauche 22 maschen 22 maschen das zwei randmarsche und 20 ist arbeitsmaschen und dann ich habe einfach runter mit graus musste wieder gestrickt 18 cm lang bei der tasche sind gleicher dann habe ich einfach geschaut wo ist wo sind wo muss meine tasche in 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 zum zum nähen und dann ich habe mir merken gemacht und dann habe ich einfach genäht meine taschen beide taschen und dann habe ich gestrickt einfach gürtel ich habe auch gestrickt mit graus muster hin und her so ich hatte nur acht maschen hier acht maschen ich habe hin und her gestrickt ein meter zwanzig ist auch genug so und ist meine cardigan oder mande ist fertig so meine liebe schauen sie bitte machen sie screenshot dass sie sehen wie man strickt und stricken sie dann auch was noch ich wollte sagen waren diese große passt für erst für er wann sie wollen mehr große wann sie wollen lxl dann würde ich sagen einfach nehmen sie andere strick nadel nehmen sie zum beispiel nummer fünf nummer sechs nummer acht und sie bekommen auch schon mehr größe ihre ihre cardigan so das wird mir größer ist einfach sie können auch lassen diese alle alle maschen was ich habe gerechnet nur ist einzige sie brauchen mehr größer strick nadel ich habe gestrickt mit 4,5 sie brauchen mehr größer einfach 7 8 nehmen sie und gleiche zahl von maschen und das passt auch für euch dann ihre karte kann okay so das war ich wollte sagen für heute und ich wünsche euch alles gute bleiben sie gesund waren wann sie haben welche fragen dann fragen sie mich bitte einfach schreiben sie bei kommentar ich erzähle alles was kann ich erzählen so bis nächstes video bleiben sie gesund ihre strick mama tschüss